Warum ein Yoga Retreat gut für dich ist? Es gibt vielseitige Gründe, warum es dir gut tun kann, je nachdem, in welcher Lebensphase du gerade steckst. Das Wort Retreat sagt schon Rückzug, sich etwas rauszunehmen, mehr nach innen zu schauen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Was es ist, entscheidest du selbst. Zeit für dich zu nehmen, ist auf jeden Fall ein Weg. Weg von To-Do-Listen, weg von dem alltäglichen Stress und einfach mal gut sein zu lassen. Mein Name ist Dennis, Yoga Lehrer und Personal Trainer und ich freue mich, dich kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Wie oft tust du dir etwas Gutes? Pausierst mal den Alltag oder gönnst dir eine Entspannung? Ich möchte dich einladen, locker zu lassen und deine Anspannungen und Verspannungen zu lösen. Ich möchte dich einladen, locker zu lassen und deine Anspannungen und Verspannungen zu lösen. Wir bieten dir Zeit und Raum für neue Erfahrungen immer nahe der Natur. Entspannung für Körper, Geist und Seele. Neben Yoga und Meditation bieten wir auch Massagen, Personal Training oder auch Gruppenaktivitäten an.